Da ist er also, der meteorologische Sommer 2022. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. In diesem Wetter-Video schauen wir uns mal die aktuelle Sommerprognose 2022 an von der NOA. Und es gibt eine faustdicke Überraschung für den Juli, versprochen. Das gucken wir uns gleich an. Das hier übrigens waren die Höchsttemperaturen. Gestern Morgen berechnet nach dem Hauptlauf vom amerikanischen Wettermodell knapp 40 Grad hier Richtung Südfrankreich und auch bei uns hier im Westen 30 bis 35 Grad wurde alles wieder verworfen. Aber wir sehen hier und da, der Sommer scheint auf der Lauer zu liegen. Und wir gucken gleich mal auf die Sommerprognose. Doch zuvor der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Mittwoch. Und da hatte der Kollege richtig was zu tun. Tief Kerstin, Tief Hanna, Hoch Burkhardt, Tief Jasna, mittendrin Wetterfronten. Es ist noch ein bisschen chaotisch. Der schönste Tag in dieser Woche wird das heute am Mittwoch nicht werden. Das ist morgen, der Donnerstag. Der bringt viel Sonnenschein. Heute aber im Norden noch viele Wolken, teilweise einzelne Schauer und Gewitter. Hier bleibt es am kühlsten 16 bis maximal 18 Grad. An der Nordseeküste um die 15 Grad. Sonst Temperaturen in der Mitte und im Süden 23 bis knapp 25 Grad. Am Oberrhein kann es also noch mal einen Sommertag geben. Die Nacht auf Donnerstag immer noch ziemlich kühl. Die Frühwerte am Donnerstagmorgen 13 bis 5 Grad in den höheren Lagen der Mittelgebirge. Hier im Osten ein paar Wolken, stellenweise anfangs noch einzelne Regenschauer. Sonst bleibt die Nacht überwiegend niederschlagsfrei. Wie gesagt, der Donnerstagmorgen, der schönste Tag in dieser Woche. Viel Sonnenschein von Norddeutschland bis nach Süddeutschland. Nur selten ziehen mal ein paar dicke Wolkenfelder vorüber. Meist bleibt es überall trocken bei 21 bis 28 Grad. Aber dann wird es schwül warm. Zum Freitag erst Sonnenschein, später aus Südwesten zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Zwei Luftmassen prallen zusammen über Deutschland. Aus Norden kühlere Luftmassen in der Höhe und aus Süden wärmere Luftmassen aus dem Mittelmeerraum. Beides trifft sich bei uns und deswegen schon am Freitag zum Teil hier im Westen und Süden. Kräftige Schauer und Gewitter, teilweise mit Unwetterpotenzial. Temperaturen 22 bis schwülheiße 31 Grad. Und auch der Pfingstsamstag bleibt sehr gewittrig in der Landesmitte und im Süden bei 23 bis 31 Grad. Immer wieder Schauer und Gewitter. Die höchsten Temperaturen bis zu 30 oder 31 Grad gibt es hier am Oberrhein und die tieferen Werte Richtung Norddeutschland. Dort bleibt es auch meist noch am freundlichsten. Auch der Freitag bringt ja immer wieder noch Sonnenschein und auch am Samstag gibt es dort kaum Schauer und Gewitter. Aber die Wetterlage ist immer noch ein bisschen unsicher. Wenn ihr kein Update verpassen wollt, denkt dran, lasst uns ein Abo da hier auf unserem Wetterkanal wetternet. Wie geht es weiter über die Pfingsttage? Pfingstsonntag weiterhin gewitterlastig in der Mitte und im Süden des Landes. Es wird ein bisschen kühler, 21 bis 28 Grad, aber die Luftmassen bleiben meist schwül warm. Nach Norden freundlich, ab und zu Sonnenschein und der Montag insgesamt überall Aprilwetter windig. 18 bis 25 Grad, die 25 Grad, aber noch hier am Oberrhein und der Dienstag dann nach Pfingsten. Insgesamt sommerlich warm, 21 bis 26 Grad, besonders schön hier im Südwesten. Ansonsten mittendrin immer noch einzelne Schauer, hier und da auch kurze Gewitter. Also ein sehr durchwachsenes Pfingstwochenende. Und es könnte hier und da ein bisschen brenzlig werden für die verschiedenen großen Freizeitveranstaltungen im Freien, wie Rock am Ring in der Eifel oder eben Rock im Park in Nürnberg. Da ist es halt ein bisschen unsicher, ob da nicht das ein oder andere kräftige Gewitter vorüberziehen könnte. Vielleicht auch mit Unwetterpotenzial. Ja und jetzt der spannende Blick auf den Sommer 2022. Hat eine Überraschung versprochen, das sehen wir uns gleich mal an. Erstmal die Temperaturabweichung für den Juni und da sehen wir, dass vieles weggerechnet worden ist. Nur noch viel Weiß hier bei uns in Deutschland. Das heißt normal temperiert könnte der Juni bei uns ausfallen. Hier im Osten sogar so ein bisschen kühler als normal. So ein bisschen blaue Farbe schwappt hier rein in den Osten des Landes. Ganz knapp an der Grenze Richtung Polen. Wir schauen mal weiter in den Juli hinein. Und der könnte teilweise etwas wärmer ausfallen als normal. Im Süden 0,5 bis 1 Grad zu warm und im Norden 1 bis 2 Grad zu warm. Wobei zu warm heißt im Vergleich zum Klimamittel 1991 bis 2020. Aber auch hier wurden die Abweichungen schon mal höher berechnet. Hier wurde etwas zurückgerudert von der NOA und dem CFS-Modell. Wir schauen in der August hinein. Hier insgesamt die Farbe Orange und das heißt 0,5 bis 1 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Kurzum, ein Hitzesommer ist daraus eigentlich nicht ableitbar. Aber auch nicht ein extrem kalter Sommer. Aber bringt der Sommer endlich mal den lang ersehnten Landregen? Das Frühjahr war ja deutlich zu trocken. Naja, zumindest der Juni ist auch ein bisschen zwiegespalten. Da haben wir so im Westen und im Süden so ein paar Regionen, die könnten etwas zu trocken ausfallen. Aber hier besonders der Nordosten, der hat grün und das heißt hier mehr Regen als üblich. Und das würde dem Nordosten richtig gut tun. Und jetzt die große Überraschung und zwar zum Juli. Da haben wir plötzlich grüne Farben mittendrin in den Alpen. Und vor allem hier in der Landesmitte im Osten und das war lange Zeit nicht so gewesen. Auch der Juli hätte extrem zu trocken ausfallen sollen. Jetzt eher in vielen Landesteilen wie hier der Mitte und im Alpenraum zu nass. Und nur im norddeutschen Flachland, Tiefland und hier teilweise im Süden gibt es einige Stellen, da könnte es etwas trockener werden. Aber ansonsten die Überraschung des Tages. Der Juli in einigen Landesteilen doch nasser als gedacht. Wir schauen in den August hinein und stellen fest, naja, insgesamt ist der eher ausgeglichen. Im Norden etwas zu trocken, im Süden etwas zu nass. Unter dem Strich also ein recht normaler Sommer, etwas zu warm. Bei den Niederschlägen teilweise ausgeglichen bis etwas zu trocken. Aber ein extremer Hitzesommer ist daraus nicht ableitbar. Und die ganz große Hitze ist auch erstmal in den nächsten Tagen nicht in Sicht. Das ist hier die Ensemble-Prognose für Norddeutschland bis zum 16. Juni. Es wird wärmer, Temperaturen um die 20 bis 22 Grad. Nach hinten raus, sage ich nur, manche mögen es heiß, bis zu 35 Grad. Hier ein einzelner verirrter Lauf. Aber viel Regen ist da erstmal nicht in Sicht im Norden des Landes. Wir blicken nach Westdeutschland. Auch hier auf die Temperaturen in zwei Metern Messhöhe. Bis zu 25, 26, 27 Grad. Wirds warm, nach Pfingsten ein bisschen kühler, 20 bis 22 Grad. Und auch hier so ein paar verirrte Ausreißerläufe Richtung 35 Grad. Aber insgesamt bei mittel um die 25 Grad Richtung Monatsmitte ab und zu Niederschläge. Besonders über Pfingsten. Das sind eben diese kräftigen Schauer und Gewitter, die den Westen des Landes treffen könnten. Und wir blicken nach Ostdeutschland. Hier auch bis zum 16. Juni. Temperaturen in zwei Metern Messhöhe erst um die 20 Grad, später bis zu 26, 27 Grad. Wir bleiben auf diesem Niveau bis zur Monatsmitte. Auch hier ein paar Ausreißer Richtung 35 Grad Marke. Da versucht es der Sommer zumindest bei einigen Ensemble-Mitgliedern. Der große Regen ist aber auch im Osten bis zum 16. Juni erstmal nicht in Sicht. Und wir schauen nach Süddeutschland. Hier mal auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Über Pfingsten so ein kleiner Wärmeberg. Leicht über dem Klimamittel drüber bis zu 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Das Klimamittel um die 9 bis 10 Grad. Das ist das Klimamittel der Jahre 1981 bis 2010. Und dann wabbelt das Ganze so weiter. Der Hauptlauf mal ein Ausreißer. Und das geht dann so bis zum 16. Juni. Aber im Süden immer wieder zum Teil kräftige Niederschlagssignale. Niederschlagssignale gibt es auch in der Mitte. Aber nicht wirklich viele. Eher so ein bisschen moderat. Und die 2 Meter Temperatur in der Mitte. Die steigt so auf 25, 26 Grad in den nächsten Tagen an. Nach Pfingsten etwas kühler. Aber dann langsam wieder ein Temperaturanstieg. Und wir sehen auch hier einzelne Ausreißer über 30 Grad. Aber es sind eben nur Ausreißer. Insgesamt kann man sagen, die erste Junihälfte völlig normal temperiert. Und wahrscheinlich wieder ein klein wenig zu trocken. Das war es vom Wetter. Hat es euch gefallen? Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Tschüss, bis bald.